Spitzhackel? Ja klar Unser Bett ist abgebaut worden Oh nein! Direkt Aufnahme löschen Oh Gott! Leute sind beide da, ich bin tot Ich helf dir, ich bin tot Ich bin auch tot Digga! Was? Was haben die vorweggekommen? Dann erst mal direkt lieben, Alter. Aufnahme löschen, oder Leon? Du Hanson! Der lacht halt genau so So lacht jeder Apropos trocken am Start Und dann hättest du, wie kommst du dann an ein Fall geh Johohoho, moin Leute Apropos trocken am Start Und dann hättest du, wie kommst du zu einer, außer am 2 mal Sneaker-Folge Ich bräune, Brenz Du Hurenkind Willst du mich? Fegen? Aber tief Ich hab keiner weiter aus der Tür gespuckt Hehehehe Ja, hallo, willkommen zurück zu einer Runde Backhoof Das beste Spiel Auf diesem Nicht Nicht Ja, ihr habt vielleicht die Vorstellung gesehen, wie toll wir in der letzten Runde waren Wir waren die besten Mhm Aber sowas von Wir haben die Pussys gespuckt, das war ab Nochmal Der Blockpakt weg Ich sag es doch Das war heute ein Problem Soll ich weiter in die Mitte bauen oder soll ich erstmal wieder ficken? Ficken hört sich schon gut an, Leon Äh, hä? Ficken hört sich gut an, oder? Äh, hä? Äh, hä? Aaaaah 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 Hehehehe Erik der Sachse Hehehehe Erik der Sachse Ich hab mich genannt Erik der Wikinger, Alter Mich 計 Na Erik Heclock He不錯 He 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 ini He 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 ich frage mich immer was in solchen situation meine eltern denken wenn sie mir einfach nur von oben hören leon hat endlich meine freundin wenn diese erste Seite die einfach heißt ahnungslose Eltern aber er weiß was ich wurde letztes bei Instagram geschrieben hat mich so hat mich so ein Mädchen hat mir gefolgt und er hat Bogen und ich bin schon gleich wieder zurück so mir hat mir gefolgt und habe mich angeschrieben hi süßer möchtest du mal mit mir ficken sie hat nur geschrieben hi süßer ich habe nicht geantwortet und nach einem Tag war sie auch wieder weg sie fand ich hatte nein das mag ich nicht verpiss ich mich an anderes unfähig okay ich verstehe nicht warum du auf diesen Pläne bist und der eine ist runter gefahren war der andere hat im Grunde gehauen Ehe Morin Baddink nicht Wurde von Remix hb getötet der Remix hb unterstrich da da hat er der Falle so gestorben ist sicherlich durch die wir schon ich könnte einfach mal so bestauf ich könnte mal so bestauf aus meinen aufnahmen machen wo man einfach nur Gott hört weiter das könnte ich mal machen Alter einfach so ein Best of oh Gott du könntest auch einfach dein Penis einsteigen aber dann wird das Video ganz schön kurz aber gerne doch Apo du bist mein Lieblingsheld Apo du bist mein Idol du bist mein ein und alle Apo du bist mein Idiot Apo du willst mal ich bin deine Rosette ein aber war da also darauf muss man jetzt nicht eingehen mit dem das war eine Kommunikationsschwierigkeit nicht schon zwar vor seinem Haus und habe Eier gegen geschmissen aber das waren Kommunikationsschwierigkeiten der bei ihm der ging nicht ran und ich ging nicht ran und alle ging nicht ran und er hat immer noch ja ich weiß aber ja das waren Kommunikationsschwierigkeiten ich habe keinen Anruf bekommen und er hat keinen Anruf bekommen wir haben uns immer gleich mit dem Eisen er mit dem Gold gemacht du Wichser am Bogen wir haben uns immer wir haben uns immer gleichzeitig angerufen und dann war immer besetzt beim anderen wir haben es nicht gemerkt gegenseitig ey ich brauche ich jetzt einfach so hoch dass sie mich nicht mehr ficken können ich verstehe nicht warum Leon auf diesem Planet ist ich verstehe nicht warum der Typ mit seinen komischen Schneebeln immer noch da ist schiefstall ab nein ich habe keine Spitzsacke mitgenommen ich bin das Stück Scheiße hatte er hat keine Schneebeln auch auf der Passau warum ich jetzt hoch oder er ist sein Kumpel kommt mit Gold und das mag ich nicht und sein Kumpel hat einen Bogen tschüss ich verpiss mich und so und weiß was das geile ist nee das bist du mir fällt gerade auf ich habe ja auch einen Bogen ich hätte ja auch schießen können das komplett behindert bist du komplett behindert ich glaube ich will dich ficken das ist jetzt hier gerade so mal aufgefallen kommen wir nehmen du nimmst gleich noch ein Black Ops auf das wäre lustiger nicht nix aber aber ich bin das ich bin tot ich bin tot ich Black Ops Black Ops Black Ops Black Ops das hört sich jetzt nicht so lustig an Bauer hoch ne ich mit mir und ich bin oder gefangen ich weiß ich hab's gehört die ich habe die Spassis Kampfer Spasti ich habe Spasti zwei Spassikor Schäfer das ist einfach dieser Huren Sohn dabei Käpte Geschütze dein eigenes Bordstück Böhm 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 Arten Heitler das war an China die Klinik was wir das wollte beschleunigen ich konnte nicht ich treffe nicht es kommt fast das ist der Fall ich hab dir eine Milliarde Blöcke gegeben La Cousine es ist eine sehr Küche spanische zwar nicht sicher weißt du was wir machen das einfach so Alter immer wenn ich mit dir aufnehmen ist vollkommen Chaos bescheuert Runde Alter immer mit dir und er hat wieder einen Bogen Alter oder immer noch weißt du was immer wenn ich jetzt ein Kähn macht denn mal bist du so ein spanischer Fußball Moderator Alter Metti 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 Gool Metti 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 Gool Piss ich du Fretzer ich weiß schon Alter gleich ist hier eh Schluss Alter bei meinen Eltern den Stecker ziehen weil ich viel zu laut bin das ist die Aufnahme eh die beste Möchtest du nicht ankündigen warum jetzt unregelmäßig Videos kommen oder keine? Ja weil ich faul bin Ich schlag jetzt eher wegen Klassenfahrt aber faul sein stimmt auch Ne ich lag ja heute noch ein Video hoch also das was wir jetzt gerade hier auch und dann bist du so aktiv wie die nächsten zwei Wochen ich hab ja vor 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 aufgenommen was wirklich aber soll das hochladen müssen Keiner er hat das stimmt hat die Dauern oder Falle nein aber ich meine wenn ich wenn ich wenn ich von der Klassenfahrt wieder kommen gleich direkt ein Video auf was ich ja schon aufgenommen habe und gleich schneide ich noch nach dieser Aufnahme schneide ich das hier zusammen was jetzt gerade kommt oder was wir jetzt gerade aufnehmen und dann kann ich eins vor der Klassenfahrt noch hochladen und eins nach der Klassenfahrt wer es noch nicht mitbekommen hat ich falle nächste Woche auf Klassenfahrt und der andere der 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 andere der hier gerade im Hintergrund rumstöhnt der kommt nicht gibt's ja nicht doch bei Roller Und Johannes und Deepthroat Johannes auch? Johannes und Deepthroat Johannes Deepthroat Johannes kommt auch mit Ne nur deine Mutter Ja aber scheiße weil meine Mutter nicht mitkommt Weißt du das? Geht die nicht in unsere Klasse? Ne Deine Mutter so als 14 oder nicht? Weil du ja schon fast 15 bist Macht ja Sinn Deine Mutter ist doch Kim Gloss oder nicht? Insider Ich bin gerade runtergesprungen Kim Gloss alter Wir hatten Kim Gloss in der letzten Runde Achja Liz Nein in echt heißt sie anders aber es fast so fast genauso Könnt ihr euch ja nicht denken euch ihr euch Peniskopf Ah ich sehe schon wenn ihr Link bekommt und wer sich nachher wieder beleidigt fühlt weil man sie mit einer mit einer Person vergleicht wie Kim Gloss sie genauso aus wie wie dieses Mädchen wovon wir reden aber Kim Gloss ist halt doppelt so dumm wie sie Leon Papert Doggy B in den Linken in die Beschreibung Ja immer Nein was ist der Unterschied zwischen den Mädchen ist jedenfalls der offensichtliche Unterschied zwischen den Mädchen von denen wir reden und Kim Gloss ist dass das Mädchen ist Ja genau Kim Gloss weiß nicht wie lange der 30-jährige Krieg ging Das ist so bitter Wie lange ging der 30-jährige Krieg? Äh hoffentlich was einfacheres Das Mädchen wovon wir reden das weiß es warum hat der Schneeballer unten Bogen ist der doof Weil dann kein Penis was Das macht man so farb Oh mein Gott Fisch dann ab Als ein Gegner Unter mir Baaah 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 B可以 Baga 3 2 Ja McDowell seiner Kaffe Ich hab gerne mal die 3 Beraten «Kaffeonton! als immer an der Koffe und nicht gekauft an der Lehre von einem anderen hat sie zu ihm kommen ich brusche gerade zu ihm Prozent Lerbach ich stehe einfach und er kommen die Beile und ficken ich einfach und schlafen mit lustig Apropos Fäden kommen wir noch mal auf dem Glas zurück Lerbach das weiß ich was er hat die Postertasche leider wir reden nicht von der ich mir eher von der anderen holen ein Warte tun wir nicht weil dann traute mich morgen in der Schule auch schädlich in der Welt aber hier ist jemand schwerer nicht tot wirklich aber es sei das ein Witz bitte denn das Lichter als das war nicht ernst gemeint eben das möchte ich weiß gefühlt sich angesprochen zu der Fall der Jauke das Mädchen fühlt sich angesprochen weil sie weiß was wir meinen bitte das war gerade ein Witz ich will dich nicht faken keiner will das okay es wird immer schlimmer ich kann nie wieder in die Schule kommen ohne dass ich komisch angeguckt werde weil der Unterschied ist zwischen meiner Stimme dass Leute mich vielleicht wieder erkennen wegen meiner Stimme was sehr unwahrscheinlich ist oder es gibt Leute die wissen wovon ich rede ich habe einen runter und sofort wissen dass ich über sie rede und mich einfach in der Schule schlagen NAAA JOO wie du weggeflogen bist Alter wie er dich gefickt hat hat er immer noch welche ja natürlich er ist so ein richtiger Mg-Mongo Alter er ist so ein richtiger er hat hat Taktak 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 er steht er es liegt halt einfach am Weg und es liegt halt in seinem Loch drinnen an Betten in seinem Arschloch das war meine Fresse der geht mir auf die Eier so also jetzt noch mal um zurückzukommen jetzt nur auf uns das war eben Witz Taktak aber wir haben alle gesagt es tut mir leid Eber 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 er hat mich er sei natürlich ja aber ich bin ich da Taktik 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 ich habe ihn das ist wichtig ich habe ihn getestet abends auf da ja Prozent in solcher mit sehr vereinten Stattel dann muss ich natürlich direkt und ich habe nur unterweilig die guter Tüppel klatschen mal direkt mit dem Jahr er steht da und er bestimmt wieder in seiner Ecke halt dann sein ja und wartet nur meine Fresse sind das anstrengende Leute gibt es auch noch andere Gegner in diesem Spiel nein alle ich sag schon jetzt meine Branche Prozent so kann es noch einmal das amerikanische Team nicht in Omaikar 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 auch so ok Omaikar was auch er hat sich dann auch so körperlich gebaut ja er hat sich überall Köpferlöcher gebaut mit kleinen Löchern und kleinen Pimmeln kennt er sich glaube ich aus weiß was ich brauche mich einfach Arten auf dem Mountain drauf okay auf deren Montage Mottens Mottens Hinten da steht halt jemand auf dem Weg da steht halt jemand auf dem Weg kommt er weiß ich nicht da steht halt jemand auf dem Weg und baut so und ich dachte halt du bist da und er schlägt mich halt auf einmal runter nö 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 das habe ich voll nicht verstanden ey komm bitte 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 nein sein Knüppel sein dummer Knüppel haben wir noch keu alter ich auch heute funktioniert nichts alter so ich renne ich scheißegal ich renne jetzt einfach wahrscheinlich hat er jetzt wieder seine Schneeball rausgeholt hat er nicht weiß ich nicht ja klar ich bin einfach von alleine runter geschwungen halt auch mal heute hoch wird nichts von oben an die hohe liegt ja was aber hier sind schuhe ich habe mir viel zu viele sachen gekauft weil die hälfte der sachen habe ich ja eh schon richtig so perfekt oben auf dem Mountain drauf landen kann auf dem Mountain 10 ich brauche ein Gold was für eine Brust habe ich eine dann kaufe ich noch die da und ein Tierbogen ich weiß ja ja ich mir fehlt ein Pfeil es ist das Problem also ich kann er hat er hat er hat Prozent 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 kommt er da haben wir uns hier versammeln für die stunde des Herrn aber da kann wenn er jetzt wenn der Typ mit Bogen jetzt pushen ich will ihn finden wir wussten der jetzt er da oben auch da in seinem Lochsitzer er jetzt getauscht ja ich sehe ist der eine steht es dahinter und ist am Rumpf heken weil ich frage immer was macht der Rote die ganze Zeit der der wahrscheinlich die ganze Zeit am Gold snacken und fickt uns gleich alle weil er einfach zu 20 Ender Perle in seiner Kiste hat alter da wir müssen an Mauten vorbei um in die Mitte zu kommen ja aber wirklich Mauten eh tot haben bevor wir irgendwas machen wir kriegen die nicht tot wir müssen wollen einfach warten bis wir in der Namen und derzeit fixe sie einfach die sind so wie Scheidenpilze alter aber richtig tiefe Scheidenpilze ist richtig widerlich damit kennen wir uns ja auch immer aus unser Schwarz-Jahr-Gebiet wenn ich jetzt fies sein dürfte dann kommen wir jetzt noch mal auf Kindhaus zurück weg es ist eine Müsse aber ich weiß schon ganz genau ha ha ich schätze ich schätze ich schätze so aus das habe ich nie gesagt ich stehe das verkauft das war's für dich ach und wir reden nicht mit einem wir reden nicht von der Echten sondern von einem egal ihr müsst es nicht verstehen das Mädchen wird es verstehen und mich für ihr Leben für ever and ever and ever hassen fängt nehmen sie uns mini ja ja das auch er braucht hat der vertreten hätte jetzt unter bitte auch mal ich bin um einmal treffen soll ich ihn mal von oben versichern da kommt jetzt der rote glaube ich und wo und will die ficken ich hab den roten nice wieso rettest du die denn ich wollte einfach nur mal töten ich versuche nochmal von oben komm her ich stehe hier die sind beide hier sie sehen mich locker gucken ob die hochgucken ne die gucke nicht hoch die bauen sich gerade ein weil ich sie mit bogens späme bitte kommen ich bin gleich tot ich komme grad von oben da ist einer ist da das heißt er wird locker nach oben kommen 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 auf meinem weg einfach nein ich bin oben nein du kommst jetzt auf meinem weg her wir ficken die jetzt guck doch mal wo ich bin ja dann kommst du da jetzt runter jetzt hat er mich jetzt hat er mich junge was längst du die denn ich ab ich sehe hier die ganze zeit und fick die und fix sie anscheinend hast du sie nicht der Kerstin ich halte und ich bin halt 1000 Blöcke weg meine Fresse heute funktionieren nichts noch und jetzt kommt der Eiernacken auch schon wieder alter Eiernacken die Begrüßung Paul alter ich hasse dich du wohnen Schmuck Prozent du Gott war er Scheiß Hamburger ich habe mich nicht mehr schüler war die Schweizer Schwerer weit statt ich bin ich habe auch die die Geschichte hat die ich bin wir werden die Wahrheit nach Frankfurt ficken jeden die Ficken auch deine Mutter nein oh ich hab den Haus ich hab den fast gehauen aber er guckt hat ich er guckt hat nicht als Kixin Kixin Kixi nein ja ich hab ihn und jetzt kommt wahrscheinlich der anderen hat auch einen Bogen ja machen auch mal nur das ist kamer Alter nur weil ich jetzt über die ist diese besagte Mädchen gesprochen habe Alter sie hat über menschliche Kräfte und fickt uns jetzt im Gedanken auch mal und das ist auch mal von oben Blöcke backen ja wenn ich ficken sowie apol man es tut mir leid ich habe nie über dich geredet Mädchen aber bitte lass uns die Runde jetzt mal gewinnen lass uns in Ruhe ach ich sehe schon das wird der größte Erklärungsbedarf in meinem Leben Alter warum hab ich das gesagt warum denke ich so warum sind Mädchen zu kompliziert und verstehen kein Spaß ich hab's warte wie viel Gold haben wir schade der steht da jetzt und Ficken beim Bogen auch er baut sich hoch 3 Gold er baut sich hoch ja komm bitte bei dich noch höher so dass ich nicht mehr schlagen können bitte tu es einfach erlöse uns ja ich sehe dich doch da oben schon das zweite ist auch da naja der kommt sogar und er baut den Weg ab ist er schlau soll ich ihn einmal versuchen zu schlagen auch ihr seid zwei Genies wie viel Gold er baut den Weg wieder hin wie viel Gold hast du ich hab drei hier in der Kiste pass auf das habe ich da reingepackt er war er war kippt ich muss drängen ja ich auch Leute steht hier oben schon oder Gott ich hätte fast runtergeschlagen ich komme nicht ran und der andere wird mich befickt ich glaube wenn die Runde vorbei ist kannst du wieder löschen dann wird es mit dem Gloss auch nicht mehr und ich bin tot ich war geschossen Loll ist an unserem Bett der Sonne und der Sonne und der Sonne und der Sonne und er hat unser Bett aber ich habe ihn ich habe auch nach der Sonne und der Sonne und der Sonne und der Sonne und die Fäder jetzt nee ich mache los ich mache Lolo nichts zu machen wir gar nichts Lolo Aldo und du 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 fixst ihn jetzt am Akkord weißt du wie ich entdecke bitte Bogen den du gerade gemacht bitte fall nicht runter du ich nicht aber der Gegner nein ich sterbe gleich er kommt zur Seite ja aber du sollst ja nicht sterben spiel safe jetzt er hat ein Lola ist und wird er nicht mehr schießen zu schießen als ich kritisiert ihn gerade verpönt sich ich will ihn treffen weg weg foray verkehrt sich eingebaut weil er passiert ich kann da jetzt ein alter hat er ich finde die Bogen die schade ich wollte sagen ich kann da jetzt hin alter und fick die wird aber jetzt versterben ausmacht und er ist runter wehen habe ihn kommen jetzt Rennen 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 ja ich werde sie sterben weiter weil die dumm sind und so wahrscheinlich haben die schon wieder neuen Bogen oder so weiter Oh Gott so einer ist oder ich sollte mal so ein Best of Oh Gott machen oder so Oh Gott wahrscheinlich Oh Gott Counter oder so ich hab ihn dann geschockt Alter dann komm her der hat ein Schwert ich bin tot 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 ich hab den Bett ich hab den Bett die kriegen wir die Garten die Garten meine Fresse das war anstrengend so das war Ultramar jetzt frage ich mich noch wo ist der rote wahrscheinlich hängt er in der Mitte auch nicht einmal mit dem der kommt er kommt oder nicht hoch ich bin in der Mitte aber damit ist kein Gold das heißt er war letztens hier ich frage mich nur wo ist er steht in seiner Base er steht in seiner Base wahrscheinlich so auf Kabel er denkt so und Mama hat mich zum Essen gerufen die machen hier eh nix naja okay schade er bewegt sich oder ja oder jetzt hast du versuchen zu ergriffen und selbst spielen ja er bewegt sich es ist das und jetzt Alter wenn das jetzt ein Hacker ist ne ich das wäre typisch ich hab sieben Gold was soll ich mit sieben Gold anfangen nicht Cam warum tust du das lass uns doch spielen es tut mir leid ich hab nie über dich geredet ich mach mir erst mal eine bessere Rüstung wahrscheinlich du zieht dich morgen in der Schule ficken morgen ist auch Samstag und deswegen wird sie mich in der Schule ficken ja in der Schule schon also wenn ihr wenn ihr das seht dann 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 ist es bei euch ist es nicht morgen Samstag sondern heute Samstag für euch ja das war ultra krassation erst mal wie ich den einen grad noch so dauernd schottet haben so ich reine in die Mitte und versuche einfach nur ihn mit meinem bogen wegzuhalten falls er kommen will ich wahrscheinlich kommt er jetzt mit der Ender Perle und portet sich erstmal zu seinem Weg dann in die Mitte dann weiter auf dem Weg dann weiter zu uns ja hat er bestimmt alter wenn wir den einmal tot haben das dem völlig egal der in seiner Kiste alles ich frage mich wo ich ja ja klar nee wir bleiben bleiben jetzt hier stehen wir gehen nicht zu ihm lol oh gott lol du bist das ich habe keine Ender Perle ne ich auch nicht hast du euch ja ach erst bei sich lass 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 weiter gehen zu Dings gerade durchrennen Forrest erbogen 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 ich renne ich renne ich renne weil er schießt viel zu flach schießt flach wer er trifft nicht wer also ich hab 10 gold nein wie gold hast du keins nice dicker wir könnten ihn jetzt richtig nice belagern ich hab'n bogen du hast auch in der wette hat dann wird glaube ich auch kaum zugebaut nur mit Sandstein wenn du gold hast komm komm her stell dich hier mit in die Quelle dann kriegen wir beide nämlich gold sonst nur einer ich hab' aber er kommt er kommt ich hab' ich hab' 11 gold wir haben 12 gold brauchen einer Ender Perle ich hab' einfach gehört wie den gehittet hast er entweg ist das schlecht ich gebe mir das Gold mal bitte weil sie nicht und trefft noch ein Gold ich habe gehört ich habe schon mal zwölf und vier noch zwei nein ich glaube in die Mitte auch mal uns nein 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 wenn er nicht einmal trifft alter wenn er einmal lachschaut hatte bis zu dauern er will sich hochbauen oder so lange ja 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 ich hab'n danke ich hab' noch fünf Gold und Gold abgemacht machte 5 Gold hast du als Silber mein ich so ist es tut mir leid es zu allein er tut er guckt hat nicht nur wahrscheinlich ist es jetzt zu sein und seine Masche alter er tut so als wenn er AFK ist guckt jetzt grad so er baut das Bett so oder ja ja so wir bleiben jetzt hier stehen ich hab' noch die beste Schwitzackel ja ich noch nicht aber ist ja egal dann fick ich ihn halt und du baust das Bett ab wir brauchen beide noch ein Gold und das wäre ich hab' ein Gold bekommen das heißt du hast auch ein Gold bekommen gib mir das Gold und ich hab' ne in der Perle dann baue ich mich rüber baue sein Bett ab und dann kannst du ihn ficken dann Goldabfell liegt neben dir ja ja ich hab' ihn warte 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 ich brauch' mir auch noch oder brauchst du soll ich dir lieber Dings machen ne 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 ich hab' ich hab' ich hab' alles ich hab' ich hab' alles ja ja hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ja er schieß mit Bogen schon wollen wir jetzt ficken ja warte pass auf er schieß mit Bogen erstmal ein bisschen ablenken soll ich ihn ablenken lieber ich renne ich renne vor ach ne war der erste Goldabfell ist warte ich erst ihn auch jetzt lange hält der Effekt er kauf' gerade er kauf' gerade ich nehme die Enderpelle schon mal in die Hand ja Schöpfchen macht doll er hat er hat gemerkt er hat gemerkt komm 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 er fickt mich er fickt mich ich hab' ein halbes Herz ich hab' ihn ja ich baue das Bett ab da bin ich hab' das Bett und da ist er es nicht mal eingebaut ich will töten bitte lass mich ihn töten wo ich durch Mann du Arsch haha ich bin jetzt auch direkt nach Todalter Dicker ich hab' das sie ich bin halt wieder in der Runde drin ich spiel' jetzt weiter ist mir egal haha oh Gott das waren sowas von eine schwere Geburt aber nach einer halben Stunde haben wir es dann geschafft ich werde das ein bisschen lustig zusammenkarten und ich bin immer noch in Unterhose hier und das Video einfach so ein never give up oder so alter ja das ist noch das zum Thema Ficken wir haben sie halt richtig gefickt ja ich bin halt auch dazu passende Unterhose noch ich würde sagen wenn euch das gefallen hat dann lass mal einen Daumen nach oben da wenn ihr euch das mal verlassen wollt dann abonnieren und ich bin der Rest tut mir leid hehehe doch ja vor allem für sie ist das halt so richtig fies und wir finden es halt einfach nur ein bisschen lustig so schlimm ist es gar nicht aber sie findet es halt nicht so geil deswegen tut es uns weit und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal und dann Magnus ist nur und so und und Fabius auch das schneide ich raus tschüss scheiße nicht tschüss